Eine Brosche? Schmeckt doch überhaupt nicht! Eine von euch hat sie... Hast du was verloren? Ich habe die Familienbrosche für meine Nichte poliert. Ich habe sie nur einen Moment abgelegt und weg war sie! Eines der Schafe muss sie gefressen haben. Ein sehr hungriges Schaf. Sie gehörte meiner Großmutter, die sie von einem sehr reichen... ähm... Verehrer hatte. Wie bekomme ich sie zurück, ohne meinen lieben Schafen wehzutun? Eine von euch hat sie verschluckt. Wer war es? Ah ja! Die Schafe füttern und schauen, was hinten rauskommt. Sehen wir mal nach! Bei den Göttern... Warum mache ich das überhaupt? Nichts! Ich muss weitersuchen. Was hat dieses Schaf gefressen? Nichts darin. Nichts. Ich muss weitersuchen. Eine Brosche. Sie sah bestimmt schon mal besser aus. Hier ist deine Brosche. Der Geruch haut ja ein Pferd um. Nimm sie einfach. Man wird sie waschen müssen, aber meine Nichte wird so dankbar sein. Vielen Dank, Fremder. Ich werde bei so etwas nicht mehr helfen. Ich werde bei so etwas nicht mehr helfen.